Hallo, willkommen bei BehindertBarrierefrei.de. Wir sind in Kitzbühel. Erstmal hallo Steff. Hallo. Steff, wir haben uns auf der Messe kennengelernt. Wir haben gesagt, der Flying Hirsch muss geboren werden. Ein Zuggerät, der mal richtig Power hat. Nicht nur einen Frontantrieb, sondern einen Heckantrieb. Heute stellen wir ihn vor hier in Kitzbühel und haben, denke ich mal, richtig gezeigt, was so ein Powergerät, wo man schon lange träumen davon, machen kann. Erzähl uns mal ganz kurz ein paar Eckdaten. Also vom Fahrzeug her sieht man hier jetzt drei Fahrzeuge. Das ist ein Modulkonzept. Eins ist schnell ins andere gewechselt und hier haben wir jetzt einen Allradantrieb drin mit optional drei, vier, fünf oder sechstausend Watt Leistung. Kann man alles einstellen. Und jetzt haben wir hier eben einen tieferen Sitz drauf geboren. Wir haben gesagt, wir haben einen Schwerpunkt tief, damit man auch mit einem Rollstuhl im Prinzip gut auf das Fahrzeug kommt. Und Fußrasten war davor und so wurde im Prinzip jetzt der Flying Hirsch geboren, mit dem Ziel, da hochzukommen. Und wir kommen gerade von da oben. Das ist es, das können wir verraten. Wir waren oben auf dem Geißbergstübel, ja, Referenzklasse. Und viele haben immer gesagt, ja, auf Asphalt und so kommen wir ja ganz schön weit. Und hier haben wir jetzt mal wirklich bewiesen, was man mit 4000 Watt erreichen kann. Nämlich auch im Schotter anzuhalten. Dann mal wieder wirklich weiterzufahren. Dann wirklich vom Vortrieb brachial. Also es ist brachial. Es macht Spaß. Es gibt eine Emotion. Es gibt einen Kick. Das ist der Wahnsinn. Ich bin hier wirklich das erste Mal jetzt hoch. Und wir haben hier auch ein paar mitgenommen, dass es wirklich kein Fake ist. Erstmal Servus Christian. Servus Olli. Und der Olli hier auch. Mein Kumpel war auch dabei. Ober Olli, Servus. Moin Olli. Olli, Christian, wir waren oben und brachial, oder? Ja, wunderbar. Power. Power pur. Power ohne Ende. Power pur. Und es geht ja oft jetzt um das Thema auch, die Leute wollen immer höher raus und, und, und. Das ist unser Hausberg. Das ist unser Maß der Dinge. Also wenn ein Zuggerät sagt, es ist für die Berge gebaut, ein Rollstuhl für die Berge gebaut, ist das eine geile Teststrecke. Wir fahren nämlich so ungefähr von 800, weißt du, wie hoch wir waren, auf? Ich glaube, 1250 etwa. Ja, also es ist nicht ewig steil, ist aber ein kurzes Stück. Und das Geile ist, es ist Asphalt dabei, relativ steil, aber noch nicht so steil. Dann kann man hier schon mal gucken, beim Obergeisberg, Station machen, Behinderten-WC. Und jetzt geht es wirklich hoch aufs Geisbergstüble. Und da oben haben wir sogar ein Behinderten-WC. Das heißt, Leute, hier könnt ihr eure Geräte testen. Das ist das Maß der Dinge, denke ich, oder? Ist schon eine Challenge, aber ging wunderbar mit den ganzen Fahrzeugen, ja? Also wir haben es gesehen, Fränky baut jetzt nicht nur Apache hier, die sind hochgekommen, Flying Hirsch ist hochgekommen. Also Willi ist auch dabei, der Hund auch, der Hund hat sich vorher, weiß nicht, ob wir es gesehen haben, der Hund hat sich auch vorher hier draufgeguckt. Der ist nämlich auch faul worden. Genau, die hat es genossen, endlich mal zu sitzen. Also ich würde sagen, das Gerät hat seinen Namen verdient. Wir haben hier die ersten Tests gemacht, ja? Und Willi, was meinst du, sollen wir es bauen? Steff, bauen wir es zusammen? Ja, klar. Leute, was meint ihr, sollen wir es bauen? Sollen wir eine richtige Power-Maschine bauen? Schreibt uns wieder, abonniert unseren Kanal Barrierefrei 1 oder auf unserer Website findet ihr alle Infos. Da muss man auch noch dazu sagen, das ist ein Modul. Ich denke, ganz wichtig zu sagen, wir können hier wirklich verschiedene Handicaps, wollen wir später abdecken, Steffen. Ganz wichtig. Wir sehen, es gibt eine Stehvariante. Da habe ich gesehen, teilweise zu zweit-powered oder hoch. Wir fangen an mit Sitzen. Das gibt es schon hier. Man kann für einfache Behinderungen mal nur einen Sitz benutzen. Und wir wollen natürlich für einen hohen Querschnitt auch mal einen gescheiten, tiefen Einstieg haben. Und, ja, natürlich versuchen wir, da wird auch immer groß die Frage kommen, Zulassung. Ja, wir werden alles versuchen, das Gerät auf die Straße bringen. Gabi, komm mal her, die ist auch gerade gekommen, die ist immer unterwegs. Komm mal her, dass Sie auch mal sehen, wie unser Gabi hat das mitgemacht. Und groß das Thema ist natürlich immer Preis. Die Leute fragen uns, Gabi, komm mal her zu uns ein bisschen. Die fragen jetzt, was kostet das? Und was haben wir gesagt? So, komm, verraten wir es. Basispreis liegt bei 5, 8, Allrad mit Doppelakku und nach oben mit Sicherheit weiter offen für weitere Optionen. Also, ab 5 geht es los, je nachdem. Es braucht ja nicht jeder so die Hardcore-Variante wie ich. Aber ich schwöre es euch, da oben, die sind weggesprungen. Die haben gedacht, Mad Max kommt, hey. Ohne Scheiße. Die haben gedacht, Mad Max kommt, Gabi. Gabi, an der Stelle danke auch für deine Unterstützung. Wir haben jetzt Apache Sitting Bull oben gehabt, Flying Hirsch war oben. Hey, ich sagte es, das war ein Adrenalinschub. Da haben wir das Gerät am Berg, am Schotter, stehen geblieben, Power gegeben. Junge, der hat mich weggedrifftet, der hat mich fast weggeschmissen. Und eins muss ich auch sagen, ein extra, so muss ich sagen, wo der Flying Hirsch nie kriegen wird, Gabi. Weißt du, was das ist? Der Rückspiegel. Keine Sau kann dich mehr überholen. Du musst gucken, dass du den Vorderen nicht in den Arsch reinfährst. Was hinten ist, interessiert dich nicht mehr. Ehrlich, ohne Scheiß. Gabi, was meinst du, unterstützt uns bei der Aktion? Wie immer, klar. Und auch Leute, nehmt das hier mal als Maß der Dinge. Bis bald, euer Olli und Willi. Gabi. Steffen. Und hier auch an das ganze Team natürlich wieder in Kitzbühel. Ciao. Ciao. Ciao.